Musik PBT Staffel 2 werde ich dabei sein Mal gucken ob ich Zeit hab, würde ja echt tight sein Ich seh mich erstmal um und ich check erstmal die Lage Übertrieben wackness in der Quali-Phase Was habt ihr erwartet, es ist so wie letztes Jahr Doch nach den Qualis, ja da geht es in etwa klar Letztes Mal flog ich raus, Alter, wegen Beatpunkten Aber dieses Mal werd ich selbst auf meinen Beat punkten Ziel ist das Preis, Geld, Vorsatz, die Technik Aber erst ab den 16th Hill, weil's vorher wack ist Hoffe mal, Leute wie Red John sind dabei Ja man, weil ich sie gefeiert hab, waren schon echt geil Ist schon lustig, die ganzen Rapper hier zu sehen So wie Wieso den Babo, muss man nicht verstehen Ich ernte jetzt die Wack-MCs und mache dann Tee draus Alter, bin ich durstig, ich trink mal kurz den Tee aus Ich geh erstmal zum Meckes, muss erstmal was fieden Was werde ich mir bestellen? Ich glaube, ein Hausmaus Das war's EINLE Vielen Dank.